Meine liebe Astro-Rebellen, herzlich willkommen zurück zu eurem liebsten Kanal für Astrologie auf YouTube. Mein lieber Stier, die Sonne, ist in deinem neunten Haus. Am dritten ist Uranus direkt in deinem zwölften Haus. Mit dieser Kombination bist du darauf hingewiesen, Unsicherheiten zu überwinden. Vor allem, wenn du in der Öffentlichkeit erscheinst oder viel in der Öffentlichkeit machst. In deiner bestehenden Liebensbeziehungen kann dich eine Situation zum Handeln motivieren oder es wird Instabilität, Unsicherheiten geben. Diese Tendenz gilt für den ganzen Monat. Eine Angelegenheit aus der Vergangenheit, welche deine Ruhe stört, soll im Januar endlich zu Ende gebracht werden. Zwischen vierten und zwölften machen Mars und Jupiter eine Konjunktion in deinem siebten Haus. Du sollst ein Nutzen aus den zahlreichen Möglichkeiten, die dir zur Verfügung in dieser Zeit stehen, nutzen. In der Liebe gibt es neue Chancen, Intimität und fröhliche Momente zu erleben. Vor allem am neunten ersten mit der Konjunktion zwischen Venus, Sonne und Pluto in deinem neunten Haus. Was deine Arbeit oder Beruf anbelangt, bist du darauf hingewiesen, dich nicht von anderen Menschen ohne Grund und Nachweis überzeugen zu lassen. Möglicherweise machst du in dieser Zeit große Einkäufe oder Geldinvestitionen. Zwischen elften und achtzenten sind Saturn und Merkur in Konjunktion in deinem achten Haus. In deinem familiären Bereich gibt es spannende Abwicklungen, welche sehr positiv oder sehr negativ sein können. Du kannst erschöpft sein aufgrund deiner Arbeit oder aufgrund von Konflikten mit Partnern. Nicht nur Liebespartner, sondern auch Geschäftspartner. Deine Sicherheit ist in Gefahr. Auch deine Gesundheit ist etwas geschwächt im Januar. Es kann ein Problem auftauchen, welches mit dem Austausch von vertraulichen Informationen zu tun hat. Am sechstensten hast du einen neuen Mond im Sternzeichen Steinbock. Du sollst die Dinge realistischer sehen, auch wenn die Wahrheit schlecht verdaulich sein mag. Es kann sein, dass du den Grundstein für deine Zukunft legst. In Verbindung mit einem Projekt oder Planung, welches du seit langer Zeit hast. Auch am sechstensten kommt Mars in deinem achten Haus. Also wir haben Mars und er geht in dein achten Haus hinein. Eine große Rechnung wirst du ab dieser Zeit und bis zum Ende des Monats bekommen. Neue Abwicklungen in Beziehungen, welche wichtig für deine Zukunft sind, können auch im Januar auftauchen, mein lieber Stier. Zwischen 17. und 19. kommen Venus und Sonne zusammen in dein 10. Haus des Berufes. Du hast die Möglichkeit, dein soziales Umfeld durch deine Hilfsbereitschaft und Sympathie zu erweitern. Es ist möglich, dass du mit neuen Personen oder mit deinem Liebsten etwas Schönes unternimmst. Aber sei gewarnt, dass viel Kontakt und zu viel Aktivität mit anderen Menschen dich belasten wird. Ein bisschen Distanz soll man manchmal von anderen halten. Zwischen 22. und 28. sind Merkur und Pluto in Konjunktion. Und zwar in deinem 9. Haus. Du musst wichtigere Rechnungen bezahlen oder es kann sein, dass du durch irgendwelche Formalitäten schriftlicher Art große Fortschritte machst oder Wichtigeres in deinem Leben geschieht. Du hast die Gelegenheit, tiefgreifende Kommunikation mit anderen zu haben. Die Stimmung an diesem Tag ist ernsthaft und vielleicht etwas träge. Am Ende des Monats können finanzielle Verluste oder Höhe Geldausgaben geben. Am 29. gibt es eine Konjunktion zwischen Venus und dem Mondknoten im 10. Haus. Es könnte ein Wendepunkt in deine menschlichen Beziehungen kommen. Die Veränderung kann positiv oder negativ sein. Eine wichtigere Angelegenheit kann gefährdet sein. Egal ob diese Angelegenheit mit deinem Beruf, Familie oder Beziehung zu tun hat, bitte bereite dich jetzt schon rechtzeitig dafür vor. Mein lieber Stier, ich wünsche dir alles Gute für Januar 2018. Wenn du eine persönlich angepasste Beratung von mir erhalten möchtest, findest du alle meine Kontaktdaten unten bei der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis demnächst.